Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geometry Arena, Folge 2, aka wie ich es gerne nenne, wir brauchen schon wieder eine neue Playlist, weil wir schon wieder von dem Spiel mehr als zwei Folgen gemacht haben. Ihr seht vielleicht ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr freigeschalten, ein bisschen neue Dinge auch. Ich weiß gar nicht, wie ich das nenne soll. Ähm, und, ja, ich weiß gar nicht, wen ich nehmen soll, wir werden einen Random Button fände ich richtig nice. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen den Tornado. Oder den Destroyer, wir nehmen den Destroyer, da habe ich nämlich noch fast nicht zweigeschalten mit. Ähm, ja, rot ist ganz gut. Und, was gibt's hier noch? Okay, wait, what? Ist man die ganze Zeit aktiviert? Oh Gott. Jo. Ähm, anfangen wir erstmal. Boah, bin ich langsam. Ähm, eine Schwierigkeitsstufe nach oben setzen. Ansonsten verdienst du schon, verdienst du kein Geld und dann kannst du dir keine Upgrades kaufen vor der zweiten Runde. Ah, stirb. Dann können wir gleich in den Shop schauen. Ähm, gibt nicht viel zum Spiel zu sagen. Ähm, hier ist aber auch kein Upgrade dabei, was ich wirklich wollen würde. Da passt. Ähm. So, gestern war es ein bisschen chaotisch. Für mich ist es noch heute. Äh, oh nein. Es ist gerade 6 Uhr, ich bin jetzt nach Hause gekommen. Ähm, hab vergessen Mega Quarren für 15 Uhr zu schneiden. Deswegen musste, ähm, musste, musste Walking Dead da kommen. Und dann musste ich Apfel noch beauftragen, dass er, ähm, ein random Video macht. Für Halb, für Halbfatz, für, 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 äh, für 6. Weil ich da immer noch nicht zu Hause war. Und jetzt ist 7 Uhr, bin zu Hause, mach gar mein Fenster zu. Im Hintergrund rendert gerade, ähm, Mega Quarren, die Mega Quarren Folge für heute. Und morgen bin ich wieder erst zu spät zu Hause. Also, werden spannende Tage. Yay. Ah, ich setz mich jetzt erstmal wieder. Und geiles Range Upgrade ist nochmal was. Und sonst brauche ich, glaube ich, nicht. Jetzt kann auch, glaube ich, nur meine Stufe nach oben gehen. Weil, wieso denn nicht? Da ist Mega Quarren fertig. Jetzt hört man an diesem schönen Plinggeräusch. Ich glaube, er ist schon, äh, ein guter Turm. Turm. Ähm, guter Charakter. Ich würde hier den Smash haben. Unironisch. Oh Gott! Ist das eine Granate? Ne, ne. Oh. Ich leg Minen. Ich leg echt lange Minen. Okay. Okay. Was kaufen wir? Ich bin ja... Okay, fährt nicht mehr mit. Und dich nicht mehr mit. Und dich nicht mehr mit. Digga, ich hatte es noch nie. Ist so krass. Ähm. Soll ich... Soll ich... Soll ich... Ja. Ja. Ja, und... Ist noch egal. Kommen denn meine Minen! Okay, die Runde ist... Easy win. Weil hier halt alles einfach stirbt, was hier spawnt. Ah, WIP-Karte wäre ja schon cool. Aber ich will das. Oh mein... Okay. Okay. Das wäre, glaub ich, mit dem Prisma richtig cool. Oh! Wo kommst du denn her? Ich... Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, wenn der jetzt noch nicht gestorben wäre. Wenn der doch mein Minenfeld durchrattert und alles mit... Uiuiui. So. Fire Raid. Nehm ich mit. Nehm ich mit. Fire Raid. Nehm ich mit. Bullet. Bullet Damage. Nehm ich auch mit. Ein bisschen langsam bin ich. Also langsam sein ist schon echt anstrengend. One Mine. Ich hätte das Upgrade nicht mitnehmen müssen, ich weiß. Es gab keinen Grund, es mitzunehmen. Ich habe es aber trotzdem getan. Oh, ich wollte euch noch in den Shop schauen. Egal. Ich muss euch in den Shop schauen, wenn ich... wenn ich die Schwierigkeit erhöhe. Also bitte. Sehr schön. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Geld. Witz. Ja. Da... Snack, snack. Da nehme ich auch alles mit, weil wieso denn nicht? Und... Hier kann ich nichts sagen. Jetzt drehen die an einem gewissen Punkt schon von alleine um. Also das beiß ich jetzt mit meinem... mit meinem Wandabprall. Oh, schade. Aber wir fighten! Sind wir bereit für den Krieg? Den Geometriekrieg? Und deswegen... Deswegen machen wir Mathe in der Schule, liebe Kinder. Okay. Dadurch könnt ihr jetzt jede einzelne Form von denen, die wir hier besiegen, benennen. Was bist du cooles? All bullet change upgrades no longer affect bullet sizes. For each bullet change upgrade you hold the damage of normal bullets and missiles. Oh. Das will ich haben. Das war so schnell wie es geht. Oh Gott. Oh Gott, es werden immer mehr. Oh. Wie hab ich den gekillt? Wer... Werde jetzt nicht gestorben, ne? Eine Zeit lang fähre ich einfach die Runde gefahren und hätte mir diese... Hätte mir diese... Hätte mir das Upwork geholt. Für die... Für den... Für die Crit... Ja, für die Crit-Chance. sehr schön locker machen ich muss mir echt langsam mal das post musik ich weiß es nicht bei der musik muss ich auf jeden fall ausdenken da brauche ich gar nicht lang lesen da steht irgendwas von damage nehmen und granat das ist doch das ist doch der traum ich habe keine granate gesehen und beat gott gott easy snack jetzt geht es richtiger hat sich cool angehört als ich dachte weil ich dachte die kanonen gehen durch die durch die gegner durch nachdem die getroffen haben aber anscheinend nicht aber es ist eine coole seite shield plus 1 einmal 1 kommen ich dachte das ist boss musik jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz in den dass wir uns dann immer noch nicht sicher ob es gut geht weil ich über komplett verloren habe ja doch aus meiner kanad ja komm easy Ich hab ein schlechtes Gefühl bei dem Level. Komm, tische doch die letzten beiden, danke. Jumpowder Recycler, war das nicht so cool. Oh nein, ich hab gesehen, dass der Movespeed runter ging, das war nicht die beste Entscheidung. Okay, das will ich, ich will das Amulett. Komm, das kann ich überleben. Uiuiui. Das war easy. Kein Problem für mich. Kein Problem. Oh nein, da ging schon wieder der Movespeed runter. Also diese Upgrades mit Genauigkeit erhöhen, also Volltrefferquote, sind die besten. Da kann man nichts gegen sagen. Nehmen wir auch noch mit. Also Doppelschuss ist auch was. Ich will da nicht nach links rein. Ich weiß gar nicht, wofür ich da links rein sollte, wenn man das anschauen sollte. Was sagt denn das denn? Das erklärt mir nur die einzelnen Dinge, das brauch ich nicht. Ja komm, die beiden nehmen wir. Dann reicht's auch mal wieder für die Runde. Oh, Bossmusik. Ich wollte grad schon fragen, ob ich nicht ein Upgrades hatte, dass Minen nur von Bossen ausgelöst werden können. Oh lol, oh. We did it! Gut, das ging schneller als erwartet. Last one like and out, ob uns gefallen hat. Das ging besser als erwartet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.